Musik Schieb mich nicht wieder da drauf Mann, die schießen Voll für den Arsch, ne? Aber was geil ist, die sterben auch, wenn sie noch rübergehen Das heißt, ich warte einfach schon, bis der Typ hier ist Und mach ihnen dann kalt Man muss vor allem noch rübergehen, über die Stacheln Solange die noch da sind Dann kriegt man weniger Schaden Echt? Ah, renne ich immer dahin, wo ich bin Scheiße Ich hab 95 Gold verloren Achso, jedes Mal, wenn man Wiedergeboren wird, so gesehen Dann kriegt man Leben abgezogen Und Gold Äh, ich mein, ach, Gold Kriegt man 10% Gold abgezogen Ich bin auch durch Boah, Alter, du hast richtig fett Gold, ey Ich hab nur so wenig Äh, wollen wir rechts rein? Weiß nicht, hast du einen Kissen-Schlüssel? Nein Egal, den kriegen wir bestimmt noch ein Wow Lass uns mal in der Mitte warten Oh, sie kommen lassen Aber auf alle Fälle darf ich nicht in dich reingehen Keine gute Idee Aber ich kann da eins sagen Das ist schon mal ziemlich geil hier Ah, ich bin mein Ah Ah, 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 ah Ah, die schieben mich wieder rein Idioten Ah, ich hasse die langsam Das kostet einer so an Wenn die eine reinschieben Nein, nicht schon wieder Die von mir starten Egal Die sind noch da Die kommen jetzt Wo bist du? Du bist auch wahrscheinlich hier, ne? Lass nicht durchgehen Die kommen hierher Die locken sich selbst hierher Aus Vor allem daher können wir die In diesem Raum hier killen Das ist genial Das ist total genial Ich bin mir sicher, dass das nicht nur auf dem Easy-Mode so ist Ja, aber wenn man jetzt ein bisschen Okay, lass, 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 lass Sie kommen, Sie kommen, Sie kommen Oder zumindest ein paar kommen Das ist praktisch Okay, da hinten müssen wir Da müssen wir hin Okay, die kommen schon wieder Scheiße Nein! Achso, achso, achso Creeper, Creeper Oh, 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 oh Okay, nur einer. Lass mal rein. Ich hab zwei Schlüssel. Na gut. Oh, Power. Ach, was heißt jetzt Power? Kannst du auch reingehen? Ja. Bottled Experience. Willst du auch was haben? Hier. Warte, ich geb mir mal bitte was. Warte, Bio-Shield Consumed Obsession. Wenn Consumed, gibst du Temporary Shield. Ich hab übrigens 43 Pfeile, falls du einen Bogen hast. Äh, ich habe... Was hast du? Ich hab keinen Bogen. Ich hab 46 Pfeile. Ah, ich auch. Ne, ich hab 63 Pfeile, glaub ich nicht. 43. Ups. Ich hab hier auch noch drei von den Botteln. Ich hab keine mehr. Dafür hab ich noch zwei Keys. Einmal Chest-Key und einmal Gate-Key. Lass mal da hinten zum nächsten Chest gehen. Langsamer fängt das Spiel an zu gefallen. Uah, sind hier keine Monster? Toll. Ich sammle einfach mal die Bones, vielleicht kriegt man da was dafür. Wow. Okay. Du hast Rottenflash nicht mitgenommen. Soll ich? Kann wichtig sein. Kann. Ach, hinten im Raum waren wir schon. Dann lassen wir ihn das Gate öffnen. Ich öffne mal das Gate. Bist du breit? Yes. Das ist eine sehr schöne Animation. Ja, find ich auch. Ich bin schon beim ersten Gate öffnen. Ah, bloß nicht da reingeschickt werden. Äh. Fickt euch mal ins Knie. Jetzt muss ich schon wieder hier durch. Ne, doch nicht. Ah. 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 Auf einmal spawnt das wieder. Nein! Mein... Oh, mein scheiß linker Maus-Button ist wieder am Arschen, ey. Ach, was halt im Arschen. Ich bin irgendwie aus dem Spiel raus, weil ich hier am rumkratzen war wegen dem scheiß Mist hier. So, ich bin gestorben wegen meinem scheiß Maus-Buttons. Hier sind noch ein paar. Zwei. Ich kann wieder... Ich kann wieder klicken. Ah. Das sind doch ein paar mehr als ich dachte. Das wäre nur zwei gewesen. Oh, ich hasse langsam meine Maus. Die gehen immer noch voll auf den Wecker. Ähm. Ach. Hast du... Hast du einen Key? Achtung! Alter! Wollt ihr mich verarschen? Jetzt funktioniert mein rechter Maus-Button nicht. Das ist immer neu. Ich brauche eine neue Maus. Hast du einen Key? Ich habe keinen Key. Nur müssen wir rechts rein. Achtung! Achtung! Oh weia! Level up! Ah! Los geh jetzt zu dem Scheiß... Oh das kann nicht angehen! äh, wo wollten wir nochmal hin? oh, hier ist ein Chest hast du einen Schuss gehabt? ja warum sagst du nicht gleich? ja, ich hab's gesagt die ganze Zeit eigentlich beziehungsweise ich hab einmal gesagt hab ich nicht gehört ok, ich habe drei Fische, drei Salmonen der hier hat ein Schild, der hat ein Schild der kommt er kommt und er hat ein Schild ha, ha, ha Achtung bö, bö, bö wie wär noch geil, wenn da so eine Lebensbalken von denen drauf wäre weißt du ach alter ich bin bald tot Schwein gehabt warte, hier ist ein Schild für dich danke ich hab das ist meine einzige waffe die ich noch hab ernsthaft ne deutsch mochte ich am liebsten war ich habe noch was für dich ich habe auch noch brot wenn du brauchst oder so ein schild ich hab kein brot mehr oder keine schlechte idee ok da kommt rein hallo ernsthaft wollte ich mich verkack eiern der hat mich nie mal treffen können mich trotzdem gekillt danke wäre ich scheiße weil sie nicht links links klick fix 300 gold ich hab doch ich habe jetzt weniger gold als vorher was ist devastation so das steht ja mal nö ok das ist ja nicht alter aaa ernsthaft wo ist mein ge- oh ah ne dein gold du hast nur wenig gold ich hab das gleiche ich hab mein deutsch gekauft oh ja ich hab mir ein deutsch gekauft oh shit macht der damage ach ich brauch ein bisschen gold wir machen 19 damage so ich mach 20 angriff schaden bin ein bisschen schneller ohne was zu tun ist geil sorry 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 attacke 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 ich habe den ausbringt so weit gerannt ich habe nur gedacht okay ich mache jetzt one hit was one hit mache ich jetzt aber dafür ist es auch nicht so lange haltbar one hit ja ich muss sagen die map gefällt mir echt soll man wechseln alter jetzt gehen wir weg hier jetzt muss der mein scheiß maus auch nicht mehr ist man nicht rechts gehen verdammt feilenbogen von hinten ja ich aber komm leben haben wir da auch das ist ein bisschen schranker die typen don't like no no ok 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 des so was hab ich denn bekommen einen schlüssel da kannst du den schlüssel wieder ansetzen Oh, da ist noch einer. Oh mein Leben. Der hat mir fast das Leben kostet. Oh, du hast Gold gefunden. Ah, dann brauch ich nicht mehr Schlüssel. Nee. Wenn es verschlossen ist, brauch ich mehr Schlüssel. Er gibt Sinn, ne? Achso, ich glaub, diese Sachen, die ich mir gekauft habe, das sind so... Ich hab mir so ein Goldschwert gekauft, ein Golddolch. Und die machen so One-Hit-Sachen, weißt du? Okay. Diese ganzen Brittle-Sachen. Ja. Ich würde mal interessieren, was das hier ist, dieses Vita-Mail. Kauf ich mir einfach mal eine. Oh, Recycling-Bin gibt es. Wenn du Recycling-Bin machst, dann bekommst du dafür XP. Schon geil. Ich glaub, Gold nicht, aber... ...leben. Doch, man kriegt auch Gold dafür. Was geil. Äh, ich glaub, der entzieht mir grad alle meine Sachen, die ich hab, oder? Wenn du's reinwirfst, dann ja. Wenn du was reinwirfst, dann Recycling-Bin. Hast du dir lieber Spider-Man? Oh, das ist schon los. Gott, das ist sauer. Hast du dir noch Brot oder so? Nein, der hat Fist. Oh, der hat Fist. Brot? Ja. Ja. Die haben... Die haben Bane schon klingt. Ich guck jetzt vorne, oder? Nein, Bane ist nicht top oder so. Hä? Mann, die Fist ist in der Mitte. Finde ich echt cool, dass es sowas gibt. Verinnerst du dir voll mit Flash? Oh, der will hier auch noch. Oh, Moment. Rieses. Egal, Baum ist cooler. Das ist lau. Gold. Lololololala. Ich krieg die ganze Zeit Gold, instant. Ich nicht. Was machst du denn da? Ich werd was rein, Recycling-Bin halt. Interessant. Und irgendwie alles, was da drin ist, geht, das ist immer draußen. Das wird immer weniger. Naja, wie hast du da was rein? Ich hab da ein bisschen Bones reingemacht. So. Aber auch Pfeile hab ich grad gesehen. Ja, Pfeile auch ein bisschen, aber nicht alle. Das ist wahrscheinlich das ganze Gold, was ich krieg. Und die Erfahrung. Ja, Erfahrung krieg ich auch dafür. Äh. Du hast so schöne Hosen an. Danke. Ich bin der Flash. Ist so. Das heißt Flash. Irgendwie so weit mit Flash, stand da. Äh, ich besorg mal noch mal. Bin G-Random-Like. Wow. Was war das? Ja, davon hat sowieso noch wieder was bekommen, hau ich mal das noch mal rein. Ähm. Level ab. Du, ich bin schon zweimal level ab, glaub ich. Ähm, ich glaub, ich bin schon, also ich glaub, ich bin schon Level 267 oder so, keine Ahnung. Ich bin schon, also 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 ich